Wie möchtest du denn essen? Mit einer Hand oder was? Ne, dann isst du. Isst du und, äh, danach. Geht's weiter. Ne. Doch. Ne. Ach, so, was nehmen wir denn jetzt? Leider kann man Leute ja nicht mitschleppen. Oh, Munitionskapazität. Nimm ich. Ich bin immer noch im Ladebildschirm, ey. Dann such mal schon aus und ich bin im Ladebildschirm. Ja, sicher. Ich hab immer noch nur ne graue Waffe, ey. Habt ihr hier was schönes versteckt hier? Drogen. Oh, halt. Ich hab jetzt Ausdauer mitgenommen, Alter. Brauch ich kriegen. Ausdauer. Oh, Max. Max und, äh, oh. Müssen sich heiligen. Oho. Mine auch. Wirst du dir das Kaufding das machen? Ja. Oh, Gott. Ich hab meine Waffen, äh, geschnitten. Blowshotting. Ich weiß warum. Wir glauben, dass bei der alten Blue Dog Mine ein wichtiger Einfallbruch der Infizieren ist und macht die Mine dicht. Unterstützungsding, äh. Was braucht, nehmt es? Warte, Unterstützungsding, warte mal, äh. Was ist ihnen ein Unterstützungsinventar? Pfff. Kannst du? Muster, aber nicht. Hat jemand noch mehr, äh, mehr Geld übrig? Ich hab noch 1.700. 875, irgendwie noch. Ich hab 125 genug. Mh, okay. Kauft mir einer eine Pickgun? Da rein, hat. Pickgun, wo wollte ich der? Na, hier auf dem Koffer. Das ist das, äh, ganz unten das, äh, dritte. Das ist ein Taser. Äh, schmeiß mir das raus. Tab-Taste. Tab-Taste. Und dann gehst du auf das Ding drauf und schmeißt es runter. Auf, äh. Ich weiß ich was. Auf X. Kann ich irgendwo heilen, äh? Sollte passen. Gut. Danke. So, dann, äh, wollen wir mal. Heute ist mein Glückstag. Wenigstens was. War nämlich ne scheiß Woche. Ja, wir müssen uns jetzt irgendwie Muni verschaffen, ja und so, ne? Muni. Das ist alles, äh, schnapprigil. Ich versuche jetzt so viel wie möglich mit der Axt zu machen, damit ich Munition spare auf so viele. Ähm. Ich hab keine Munien. Ich hab mir gar nicht mehr leben, würde ich jetzt schon. Na? Nimm mal ein eifriger Helfer. Was hoffen wir? Hat schon. Mein Vater könnte das nehmen, Mann. Okay, dass man da Axt funktioniert, nicht einfach. Warum? Lut allein macht noch keine Familie. Wenn's getreffen. Wollte ich, schlag nicht da aufwährend, dass ein, äh... Rigo, Rigo müsste sich unbedingt heilen, ey. Na wo? Hast du nix mit? Du hast doch was dabei. Ja, aber nicht du. Lade nach. Ich hab' ein Medikid. Denk, Bums. Wenn ihr auspackt, kann ich ihm heilen. Halt mich kurz selber. Halt mich kurz selber. Komm, pass auf. Warte, ich helfe dir. Warte, ich helfe dir. Ich hab' noch viel, Mann. Das ist ein bisschen strenger. Ein, oder? Ja. Ja. Hä, das Rigo ganz geil. Ja. Mit L2 hast du gesagt. Ja. Ausrüsten und L2. Naja, das geht auch. Geht auch. Ich hab' auch Medikid benutzt, aber das macht, das macht sehr wenig, ne? Medikid. Ich hab' auch schon einen Krupp gemacht, also Medikid. Das ist auch Medikid. Beim nächsten, also ich konnte jetzt den einen bei Rigo machen. Der zweite geht nicht. Äh, willst du mir den mal hinschmeißen? Medikid macht sehr wenig. Ich hab' glaub' ich, äh, Heilungseffizienz. Ich lebs. Rigo, warte mal. Sturmgewehr! Aber das nehm' ich mit, das ist blau. Das nehm' ich mit. Hä? Stimmt. Auf welcher Seite stehst du? Kann man nicht benutzen. Wirst du's wieder haben? Ja, bitte. Äh, hier liegt das? Dann wird das eh allgemein Heilung. Ich nehm' dann, äh, Defi mit. Ich nehm' mit, warte. Damit kannst du jemanden sehr schnell aufnehmen lassen. Ja, hab' ich mit Rigo ja schon gemacht. Äh, ähm, ähm, Vanillen. Mann! Nein, 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 nein. Ein Kommo ohne Gefahr auszulegen, ne? Wie immer. Der hat zum Blau Sturm gewetzt. Der hat bisher auspacken funktioniert nicht. Ich versuche jetzt auch alles nur im Nahkampf zu machen, wenn ich zu viele auf einmal kommen. Hey, ihr. Siehst du, Dad? Ich hätte doch ins Team gehört. Oh, hundert Stück. Hier ist, äh, ein Dings. Stacheldraht. Stacheldraht. Hm. Verballern ich alles, ne? Ah, ein Stacheldraht. Fluch, das brennt. Ah. Ah, ich bin Feuerwehr. Ist ja nicht uns die Schuld, wenn ihr da draußen alleine sterbt. Oh. Oh. Oh Mann, Holly! Oh. Tut mir echt laut. Muni. Ist das immer ein Olli? Hier ist Muni für Sturmgewehr. Sturmgewehr ist immer gebraucht. Sturmgewehr. 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 Oh, der ist blau. Ist das? Oh, der ist ein bisschen besseres Babersitz. Ich höre einen Fatty. Dauer einen E. Oh, das ist ein Wettiger. Ich verstehe hier auf dem Geländer, die treffe ich nicht so gut. Er ist ein dicker oder so. Feuer. Wir brauchen die Muni gleich ganz dringend, ne? Deswegen schieße ich gar nicht Schlitz, nur. Ich habe es versucht, aber dann kam so viele, dass ich wieder wegseine. Wie viele? Na. Was ist los? Ach. Was ist das bei mir? Was ist das bei mir? Was haben wir denn hier? Ja, ich nehme mir viel Leben, ne? Also, das ist ein bisschen. Warte, 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 warte. Leute, jetzt kann ich es euch zeigen. Kommt mal her zu mir. Hier, nein, 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 nein. Nicht so dicht. He, 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 he. Herkommen, herkommen, herkommen. Seht ihr das? Sleeper! Das hört ihr schon am Geräusch. Ihr dürft nicht zu nah rankommen. Gleiches draufballern. Die springen euch an, wisst ihr? Ich lade nach! Also, wenn ihr schon so hört, dann hängt da irgendwo einer. What the fuck ist das? Wo? Das da an der Wand. Na, ist doch das, wo da gerade rauskam. Erstlich. Hm. Stacheldraht, das brauche ich nicht für mich. Stacheldraht brauchen wir gleich. Oh. Ja, nice. Oh. Oh. Hier hing auch wieder einer drin. Hier ist Pistolenmuni. Wer braucht? Da solltest du echt verarzen. Oh. 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 ich würde sagen wir gehen erstmals haus da ist ein dicker wieder der kommt auf uns zu mit dem dicken arm was natürlich hier leute hier leute dass du doch noch zufällige karten könnte jetzt hier drin ist abgesägt die hier drüben könnte ich brauchen hier drüben ich kann aufmachen hier könnte euch heilen die sommer shotgun muni noch eine granate hier meine granate mit ich gehe schon mal das stacheldraht platzieren und dann nehme ich gleich mit das werde ich mal richtig widerlich das ist ein klares am besten habt ihr molly noch da drin ja ne das behalte ich für mich mp hier das sieht nicht sicher aus so leute achtung ich rufe gleich eine kleine horde hervor kleine große kleine große dann ne küsse mach ich auf wo ist man da am sichersten oh warte dann sollten wir vielleicht wieder ein stück ich habe hier stacheldraht also eine mp eine blaue uzi oh mein gott eine blaue uzi wer braucht ja ich habe einen blauen revolver da reicht mir max von meyer stell dich nicht so an danke oh mein fuß ist eingeschlafen wie eklig ich höre jemanden aber sehen nicht wo er denn na gut äh es geht los ja mine bist du sicher dass du da bleiben willst alleine nein nicht meine schuld wenn du da draußen stirbst sollte passen kommt drauf an auf welche richtung die herde kommt achtung und geht los hier ist noch schmerzmittel max kannst du nehmen ich brauche meinen moment ich brauche meinen moment ich brauche meinen moment da kommen sie ich bin echt sauer so habt ihr gut seid ihr bereit geht gleich weiter wir bleiben auch hier ja achtung bin breit ich schieße von hier ich schieße von der komaude aus auf den knoten Knoten? Hab ich schon. Okay. Ja. Schaff mal. Na, kleiner. Zieh mal richtig. Ja, mit der richtigen Taktik ist das alles etwas leichter. So, dann kommen wir jetzt rüber gehen, ne? Folgt mir. Los geht's, Leute! Moni! Moni! Ich geh rein! Hab's noch drauf! Oh mein Gott! Erster Hilfeschrank für alle Notfälle. Erster Hilfeschrank für alle Notfälle. Hier Moni! Rico und Max sollten sich wieder heilen. Obwohl wir eh gleich im Schutzraum wieder sind, also... Ich muss raus. Wie bitte? Ja. Ein Erste-Hilfeschrank! Verarztet euch lieber! Na, verarztet euch lieber! Verarscht euch selber! Wir sollten die eigentlich nicht verschwenden. Eigentlich sollten wir uns alle mal voll machen, wenn wir schon hier sind. Die ist doch nicht weg. Wir sind aber gleich wieder im Schutzraum. Also es ist sinnlos. Ja, aber dann haben wir doch die nächste Runde was. Och. Die nächste Runde kannst du ja kaum heilen, wie am Anfang. Das war... wie immer. Ich weiß nicht, der ist ja eigentlich klar wahrscheinlich. Ach, neun zu neun. Ich geh schon längst weiter. Uff. Mal da! Der Moni macht schon alles. Moni! Hm, bin doch Mom. Nee, den wollte ich... Weil sie so... So ganz langsam... Ich mach das! Schwingt mal eure Ärsche hier rein! So, Ärsche rein, ja. Jawoll! Cool! Tuck-Tick ist alles! Böum 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 bö